Leicht! Die Katze ist aber bei mir ins Haus. Ist einfach in den Tunnel... ... in mein Haus gerannt. Nein! Kein Mindcard, das hab ich grad eben weggeschmissen, ne? Bombe. So, ist drin. Ich hab noch einen Lacturn. Ach, jetzt hat er einen Job. 1, 2, 3, 4, 5... Hauptsache es kam immer noch nicht die Folge... ... wo ich mein Haus umgebaut hab, ne? Das ist mittlerweile seit 2 Monaten umgebaut oder so. Und was hat er? Jetzt hat er nur Scheiße. Ne, jetzt wird er gar nicht mehr. Jetzt wird er wieder arbeitslos sein. Hier. Hier. Nein. Kann er dir erlaubt, dass du jetzt ein... ... das jetzt pennst. Das ist ein Scherz! Der hat gar keinen Bock. Der hat seinen Job schon... ... hat seinen Job gefunden. Soll ich dir sagen, was er macht? Was denn? Was macht er? Der geht oben. Die springen jetzt halt auf dem Bett rum. Der ist in meinem Haus. Kann ich dich nicht einfach umbringen, Alter? Der ist überhaupt nicht arbeitswillig. So null. Weißt du was? Du kannst einfach hier bleiben, ne? Wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du nicht vernünftigen Job erlernst, ne? Ich stell dir jetzt ein verficktes Lesepult hier hin, ne? Wenn du das nicht nimmst... ... dann... ... dann... ... bringe ich dich um. Guck mal, hä? Der hat jetzt ein Lesepult bekommen. Eins. Ey, du hast ja ein Baby. Warum hast du ein Baby geholt? Ach kacke! Jetzt ist der erwachsen geworden, der Sack! Und da rein, da rein, da rein... Die waren gerade noch zu... Die waren noch gerade drei Babys. Was mit dem Baby? Das wäre geil. Wir könnten das mit... Hätten das mit Druckplatten bauen sollen. Fährst drüber, fährst rein, fährst... Obwohl, ne, dann machen die das die ganze Zeit auf. Okay, dass das geht, wusste ich nicht. Äh... Nein! Nein! Rein mit dir. Warte. Äh... Ich dachte, der... Trotzdem... Alter, was ist das für ne Scheiße? Okay, hast du das Mindcard? Wie wir das machen? Der will wieder nicht arbeiten. Oh. Ich glaube einfach, dass das Boot... Äh... In das... Äh, dass Mike hat in das Boot gegangen ist gerade. Ah, der Buddy, die wollen nicht arbeiten. Es ist alles... Alles weird. Ja, genau. Ich rückwärts da drauf, auf die Schiene. Ja, das ist auch gut. Wohin? 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 Ach komm schon. Ach komm ey. Nein! Nein! Oh. Hops. Ist gut. Hab schon. Ich krieg das Gläserpult nicht. Ach das auch noch. Ich hab ne Idee. Ich glaube, das ist ne schlechte Idee. Er ist ne sehr schlechte. Ja. Warte mal. Scheiße. Warte. Warte. Ah, okay. Schade, der kommt da raus. War ne tope Idee. Die rennen aber auch sowieso immer wieder in die Boote rein. Ist also kein Ding. Was für Trottel ey. Du weißt was zu tun ist. Was mein Gott. Junge, sind die blöd. So, bist du ausgestiegen oder einfach rückwärts rein? Ich bin einfach rückwärts reingefahren. Oder? Bin ich? Na, ich glaub ich bin ausgestiegen. Warte kurz. Äh. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Aber es funktioniert! Och, es ist immer was fehlt. Scheiße auf das Boot. Wir haben genug Boote. Ja, und der Pisser will immer noch keinen Job annehmen. Das kann echt nicht wahr sein. Hier, Paddy, der will nicht. Also dürfen wir da nur rollpacken, wenn sie nen Job annehmen. Ja, aber normalerweise nehmen die immer die Jobs an. Vielleicht ist sie auch besetzt von irgendwem. Weißt du? Nee, das kann nicht sein. Oh, der muss ja Zug, der muss Zugang dazu haben. Der muss was? Okay, sind die vielleicht echt benutzt? Ich mach mal ein paar mehr. Ja. Wie werden die nochmal gemacht? Warte mal. Och. Da, zack, hat er. Okay, und was hat er hier? Seekdutch! Seekdutch ist gut. Ja, hab ich schon. Hab ich oben schon. Ah, hast du oben schon? Ja, ja, hab ich schon. Ja, aber jetzt nehm ich scheiße wieder das. Ja, okay. So kann man das machen. Das ist ne gute Idee. Okay, er hat nichts. Was hat er denn? Nichts. Wie jetzt? Äh, Berutsamkeit. Hab ich auch oben. Warte, das ist das gleiche. Hat er verloren jetzt wieder? Mhm. Warte, er verliert das instant. Er verliert das instant. Äh, also jetzt hat er Mending. Hab ich oben aber auch schon. Äh, Schwungkraft 3 haben wir schon. Oh, noch ein. Geil. Schlag 1, mhm. Dorn 3 haben wir auch schon. Stimmt, ja. Fluch der Bindung. Das brauchen wir nicht. Nice. Schutz 2. Ah. Ne, gar nichts. Gar nichts. Schärfe 2. Wir haben 5 hier stehen. Streng dich an. Eisläufer 1. Oh mein Gott, bah. Gar nichts. Durchschuss 3. Ah, ja. Doch, doch, behalten wir. Das ist Durchschuss? Ja, ich brauch das. Für den Schichtmutz. Ja, warte, dann hol ich mal kurz, äh, Papier. Warte, ich hab, ich hab Zucker auch hier. Ah, warte, ich hab keinen Crafty Table. Den hab ich gerade eben abgebaut und weggeschmissen. Ah, warte, hier ist Holz. Ah. Guck mal, da sind noch zwei Babys. Warte, da ist schon wieder ein Baby. Naja, das geht jetzt richtig, das geht jetzt richtig voran. Jetzt bumsen richtig. Ich hab, ich hab die halt wieder richtig gebaut. Es reicht, wenn ich einmal getradet hab, ne? Ja. Ja. Dann behalte ich das erstmal. Ähm, jetzt hat er noch behalten, ne? Ja, er hat behalten. Ah! 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 Da hab ich mich erschrocken! Ah! 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 Alter, wie sollen wir denn an die Kacke rankommen? Scheiße, wie komm ich hier wieder raus? Ich hab keine Raketen. Och, Kacke. Warte hier, ich werf die welche runter. Kommen wir genau nach unten. Hast du Wasser? Ne, mach nicht, doch, mach Wasser. Hast du Wasser? Ne, ich hab Raketen für dich. Zwei Stück. Ja, und da soll ich da durch dieses Mini-Loch da oben durch? Ja! So, ich hab... Kriegst du hin? Jetzt komm hoch. Oh! Der Sohn nicht gerade nach oben. Oh! Oh mein Gott! Zwei Herzen! Oh! Jetzt weißt du, wie das weh tut. Alter! Okay, ich hab gerade kurz gedacht, ich sterbe. Okay. Die Spitzhacke ist ein bisschen hart mit der Kombi. Muss man ja tatsächlich zugeben. Aber ich komm jetzt nicht mehr an die Lecktörn da dran. Scheiße! Da kommen wir gar nicht dran. Warte. Ne, macht's ja auch keinen Sinn. Ach, scheiße. Jetzt ist der eine Block auch noch weg. Ach, Kacke. Weißt du was? Wir können Slaps dahinter machen. Dann können wir nämlich da durchsneaken. Oh ja, das ist smart. Oh, das ist... Das ist ultra smart. Ich hol mal welche. Ich hab glaube ich auch... Warte mal, jetzt bin ich mal gespannt hier. So. Ach, schade. Oh, das ist wieder einer erwachsen by the way, ne? Ja. Bumsi Bumsi, ne? So, dann haben wir das. Aber, äh... Tatsächlich ist das einzige Problem momentan ja nur, wenn wir denen Jobs geben. Das heißt, nicht bei jedem ist es notwendig. Das stimmt. Oh, der hat einen Job bekommen. Ach, ne. Zum Durchschuss. Äh... Welcher war's jetzt? Der. He 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 he. Das ist ein Genius. Und dann können wir das wieder wegmachen. Na, jetzt kriegt er das normalen wieder. Hallo. Die fahren aber auch dann, wo sie hin wollen, ne? Ja. Interessiert ihn? Scheißdreck. So, dann haben wir das wieder. Alter, ist das für eine Musik? Das ist wieder eine Katze. Die spawnen aber auch hier. Boah, jetzt müssen wir aber auch aufpassen mit den Raids. Achso. Meinst du, weil die jetzt so oft kommen, oder was? Jo. Hoffentlich. Nee, ist nicht so gut. Ich habe überhaupt nichts an Enchantments. Nächstes für dich solltest du dir mal überlegen, wann du mal ein bisschen... Äh... Netherite Farms. Scheiße, das ist auch kacke, Mann. Jetzt. So. Warte. Nee, baue erstmal oben ab. Baue oben ab. So. Er hat keinen Beruf. Nimm den Beruf an! Der guckt mich einfach nur blöd an. Warte, hier sind zwei weitere. Test mal, ob die funktionieren. Also, es reicht. Oder ist das wirklich der, der keine Jobs annehmen kann? Nee, das war der mit der grünen Jacke, ne? Vielleicht andersrum? Nee, das macht keinen Sinn. Das habe ich gerade die ganze Zeit schon so gemacht. Nee, nee, das ist total... Ich will ein paar neue Lesepulte craften. Schmeißen wir die mal weg. Die sind ja nicht so teuer. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, die Frage ist, ob der wirklich immer einen Einzel braucht. Ich denke nicht, aber... Kein Versuch ist es ehrlich gesagt wert. Warte mal, ich guck mal kurz, ob der Hurensohn da oben jetzt mal einen Job hat. Wenn nicht, ist er jetzt tot. Er ist weg. Wer? Ach nee, hier liegt er. Wer denn? Effizienz 2. Oh, bist du ein Lelek. Ja, dachte ich mir auch gerade. So. Ähm. Bläsepulte wollte ich machen. Was brauche ich denn dafür? Ich mache das hier. Boah. Ist ein ätzendes Rezept, aber... Sollte ich noch genug von allem haben? Nee, natürlich nicht. Bücher machen. Gut, das ist nicht anders. Sollen wir die auch mal langsam holen? Äh, können wir machen. Hm. Kannst du schon mal die Zugspur hier machen? Warte. Warte. Belege gerade was. Ja, ich krieg das nicht so ausgetauscht, glaube ich. So, jetzt habe ich wieder fünf Lesepulte gemacht. Er dachte sich einfach nur so, ja, Freiheit! Nein! Tink im Leben. Bastard. Können die da oben auch erstmal bleiben, weil an sich stört es ja jetzt gerade erstmal nicht. Die wollen beide keine Jobs haben. Irgendwie nicht. Obwohl, nee, der einen habe ich noch keine gegeben. Muss mal... Hast du wieder oben das Ding weggemacht, ne? Ja, der nimmt ihn direkt an. Projekt... Oh, sogar vier! Projektivprotection. Ja, ich weiß nicht, ob wir das haben wollen, weil an sich... Overall ist Schutz das Beste. Aber nicht gegen Pfeile. Ja, aber wer schießt Pfeile aus der Skelette und die sind einfach nur dumm und schlecht? Du hast doch eh Dorn, da interessiert dich das ja nicht. Die Villager, die Pillager, meine ich? Ja, gut, gegen die, das stimmt. Ja gut, dann lass 45. Also schon eine gute Verzauberung. Ja, dann lassen wir sie. Ist doch gut. Kannst du leveln? Ich mein, wir können ja halt alles, wir können ja halt alles, äh, ja. Hast du neun Emeralds? Achso, scheiße, nee, ich kann nicht leveln. Ich hole mal kurz Emeralds. Müsste dann noch 20 haben oder so. Ja, oder wir... Projektivprotection... Acht hab ich. Ja, komm. Hat einer was mit Klaas? Heißt du das in Deutsch? Projektivprotection. Äh... Schusssicher? Schusssicher. Ich hab neun Emeralds, einen bräuchte ich noch. Einen? Hier ist ja wieder ne Katze. Äh, acht hab ich, bräuchte neun. Dann könnte ich nämlich das Bücherregal kaufen und dann... Okay. Das ist der einzige, den ich hab. Hehehe. So, weil jetzt ist er gelevelt, jetzt können wir das wegmachen. Ja, was mit ihm hier? Ähm... Der ist ein Lelek. Ähm... Lolok. Mach erstmal das da hinten weg, das... Andere Bücherregal und dann wieder zubauen, dann haben wir das. So, dann ist der in dem Jahr schon wieder fertig. Weißt du, was ich mich frage, ob wir die jetzt noch permanent leveln können? Ob die überhaupt Level aufsteigen? Das weiß ich nämlich nicht. Doch, doch, doch. Die Level. Die steigen auf. So, dann machen wir jetzt den ja. Probieren. Der levelt, ja. Warte mal. Was ist denn mit nem anderen Job?